Willkommen zurück liebe Leute zu Minecraft Sky Factory 2 und wir haben ein bisschen Musik und mir wurde gesagt ich solle in den controls nach einer bestimmten sache gucken was werde ich jetzt tun ich hoffe ich finde es auch denn mir wurde gesagt das erleichtert mir einiges das war abbauen und es existiert nicht mal nein es gibt gar nicht okay ich habe keinen kein easy mode mein easy mode wurde mir geklaut oder so ja gut ne ich würde sagen wir fangen erst mal an hier abzubauen übrigens habe ich Moment es lädt noch kurz die ganze Sache nach immer gute aktion dass ich das gemacht habe Oh, wow, ich hätte den Baum nie abgebaut. Wie viele habe ich denn jetzt gerade schon? Oh, ich habe schon... Nein! Ich habe schon die, die ich brauche. Ich höre sie mir kurz. Moment. Ich kann sie einfach von einer Abwanderbauen. Hard to shit. Holy shit, du. Okay, 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 okay. Ich werde diesen Baum niemals komplett abbauen. Warum kriege ich so einen Drecksbaum am Ende noch? Bei meinem Glück natürlich immer. Sofort. Immer so. So, jetzt mache ich erst mal ganz fix. Den und den. Halt, nein, mein nicht. Bin ich dumm oder was? So, jetzt mache ich erst mal noch auf. So, 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 so. Okay, okay, I did it, guys. Okay, I did it, guys. So, 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 so Uncool, dass der so extrem krass geworden ist. Ich habe halt mega Angst, irgendwie runterzufallen oder so. Das ist ja haufe nicht wohl verständlich. Ich hau einfach die einzelnen Holzblöcke raus, die ich erwische und dann passt das schon. Ja, das war's schon wieder. Wenn es so weitergeht, kann ich bald noch ein zweites Ziv bauen. Was muss ich jetzt da machen? Das verstehe ich jetzt gar nicht so ganz. Nee. Ähm, empty. Okay, das brauche ich noch ein bisschen. Ich denke mal 8 sollten reichen. Da 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 da. Da da da. Hey doch. Reicht locker. Easy. Easy, easy go. Der macht noch nebenbei, okay. Ähm, dann kann ich hier noch ein bisschen... Oh, ein paar Weeps. Ein paar Weeps farmen. Mich stört dieser Baum. Er stört mich in meiner Existenz. 100% Existenz störend. Ich muss ihn abbauen, Leute. Ich muss es tun. Egal wie lange das dauern wird. Ich muss ihn abbauen. Shit. Blöder Scheißbaum. Ich habe immer so eine Paranoia, wenn ich hier draufstehe und dann da drauf haue, dann... Blöder Scheißbaum. Wie funktioniert das? Okay, jetzt nehme ich das hier. Und nehme ich das da rein. Ich muss jetzt abwarten, bis es wirklich... Ich bin ja im Desert Biom. Reicht das im Desert Biom überhaupt? Weil da steht oben Biom Desert. Wahrscheinlich habe ich das asozialste Biom überhaupt bekommen, oder? Oder kann es im Desert Biom überhaupt... Kann es da regnen? Ich glaube nicht, ne? Könnt ihr mir ja kurz in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gerade seht. Oh mein Gott, wäre das dumm. Ich würde so weinen, wenn ich nochmal neu starten müsste. Oder halt... Alles einpacken müsste. Also erstmal alles ablegen müsste. Einen riesigen Weg irgendwo in ein anderes Biom ziehen müsste. Das wäre irgendwie voll unlustig. Aber ich würde es machen. Ich würde einen anderen Weg ziehen und dann... Ich habe doch nicht so viel Bock auf das, was ich gerade vorhabe. Oh nice. Hier zu stehen macht gerade mega Spaß. Hätte ich nur die anderen Crooks dabei, ne? Hm. Sehr nice. Jetzt hauen wir erstmal den Rest hier kaputt. Denn der Rest geht mir auf den Sack. Ey, dieser Baum ist so unnötig, dass er so riesig ist. Es ist halt wirklich unnötig. Dass es so ein extremer Mörderbaum ist. Ey, finde ich super. Das ist irgendwie momentan eins der besten Lieder, das ich gerade habe. Äh. Instrumentals. Aber es ist so gut. Es ist so gut, man. So gut, so gut, der Gutmann. Das ist so gut, der Gutmann. War klar. Aber ich kriege meinen letzten, mitunter letzten Block, oder? Hey, woher braucht es hier? Okay. Der Schild hat keinen Bock mehr auf uns. Und ich bin echt froh drüber. Die Schose jetzt vorbei ist. Einmal erstmal alles einsammeln. Ich habe kein Blum, was ich jetzt hier machen muss. Ich habe kein Blum, was hier passieren soll. Das sind immer noch Holzplä... Oh, fuck it. Erstmal fuck it. Ganz ehrlich. Fuck it for the first time. Was soll ich tun? Hier steht nichts. Es regnet nicht. Es will nicht regnen. Spiel. Bitte. Zeige keine Arschlocke. Es will nicht... Ich kriege hier doch keinen Dienst raus. Hallo? Ich würde da jetzt interessieren, ob es überhaupt regnen kann. Ich mache bestimmt irgendwas überfalsch. Und dann auch für diese scheiß Holzpläcke noch, ne? Weißt du? Naja, ich würde sagen, danke schön, wirst du schon. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache. Wahrscheinlich ist es das Biom. Und es ärgert mich gerade, dass ich dieses Biom nicht sofort bemerkt habe. Aber kann man ja nicht ahnen, ne? Und ich würde sagen, danke schön, wirst du schon. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und es heißt Minecraft Sky Factory 2. Danke schön, wirst du schon. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.